Italienischer Mafia Boss Salvatore di Bestia Rina ist tot stand, 17.11.2017, 9 Uhr, 7 Uhr Seitenanfang. Der einst meist gefürchtete Mafia Boss Italiens ist tot, Salvatore Rina starb im Krankentrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Parma. Er steckte in den 1980er und 1990er Jahren hinter vielen der aufsehenerregendsten Mafia-Morde des Landes. Der zu lebenslange Haft verurteilte italienische Mafia Boss Salvatore Totorina ist tot. Laut italienischen Medien starb Rina am Morgen, einen Tag nach seinem 87. Geburtstag, im Krankentrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Parma. Dort war er in den vergangenen Wochen zweimal operiert worden. Er litt an Nierenkrebs und Herzproblemen. Erst gestern hatte Italiens Regierung seiner Frau und drei seiner Kinder einen Besuch im Gefängniskrankenhaus erlaubt, um Abschied zu nehmen. Nach zwei Operationen hatte sich Rinas Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. 1993 festgenommen Rina war fast 20 Jahre lang einer der brutalsten und gefürchtetsten Paten der sizilianischen Mafia. Unter seiner Führung hatten die Mafia-Familien aus Corleone die Führung innerhalb der Cosa Nostra übernommen. Rina gilt als verantwortlich für mehr als 150 Morde. Rina wurde 1993 gefasstallt und bekam 13 Mal lebenslang. Unter anderem wurde Rina für schuldig befunden, in den Jahren 1992 und 1993 die Mordanschläge auf die Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino in Auftrag gegeben zu haben. Außerdem war er nach Überzeugung der italienischen Justiz einer der Drahtzieher von Anschlägen in Rom, Mailand und Florenz, bei denen 1993 zehn Menschen getötet wurden. Salvatore, die Bestie Rina, wurde im Jahr 1993 festgenommen. Sie werden mich niemals brechen Im Juli hatte ein Gericht einen Antrag Rinas abgelehnt, ihn aus Gesundheitsgründen freizulassen. Die Ärzte schätzten seinen Geisteszustand als wach ein. Vor diesem Antrag war er abgehört worden, dabei hatte er gesagt, dass er nichts bereue. Sie werden mich niemals brechen, selbst wenn sie mir 3000 Jahre geben, sagte er. Mit Informationen von Jan Christoph Kitzler, ARD Studio Rom mehr zu diesem Thema, Uruguay, italienischer Mafia-Boss nach 23 Jahren Gefasstalt, 14.09.2017 Weltatlas, Italien Ihre Meinung, meta.tagesschau.de ehe bisher keine Kommentare, zur Meldung alle Kommentare, Anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen Schlagwörter der Meldung Totorina Mafia Geo Schlagwörter der Meldung Mailand Italien Europa